Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead, mit mir in den Kabinen voll vorbereitet, denn wir werden heute eine kleine Reise machen. Und zwar Richtung Wüste. Ja, ein bisschen angeln, ein bisschen jagen. Was üblicher habe ich denn überhaupt hier noch zu jagen mit Reifen? Ja, das ist alles gut. Ja, gut, vielleicht können wir noch eins wie sagen. Ähm, Sefthammer. Nehmen wir noch ein bisschen mit, warte, ich habe, habe ich gerade gekriegt, weiß ich doch nicht. Und außerdem wissen wir doch gar nicht, wie lange ich da bleibe. Also nehme ich eine Bier-Cola mit. Den Rest kriegt man hier rin. Wie gesagt, das muss ich rin. Der Rest muss nicht. Brauche ich jetzt auch erstmal nicht, wa? Ich würde mal sagen, ich mache das erstmal so. Und, ne, das mache ich noch nicht. Das mache ich noch nicht. Die Cola ist zum Angeln da, als ich die überhaupt brauche. Und dann schauen wir weiter. Benzin habe ich noch auf der Tasche. Den letzten Mal Januar klein lassen wir doch mal so glück. Da haben. So, aber bevor wir abhauen, sollte ich hier das nochmal alles leer machen, man kennt das. Ach, die nächste Horde wird nicht so krass. Die Giants haben wir hinter uns. Aber das heißt ja nicht, dass wir das aus den Augen lassen. Nein, nein. Das sollten wir nicht tun. Das wäre nämlich dumm. Ich will bumm. Und ich kann ja auch nebenbei noch ein bisschen Angst sammeln. Ich wollte eigentlich die Brauch ausnehmen, aber ich kann mal gleich hier weiter angefangen, weiter aufzunehmen. Man kennt etwa, die Ema drinne, dann ist aber Feierabend. So, jetzt nochmal schnell ausleeren und dann sind wir schon wieder weg. Weg sind wir. Zeig, rast mal wieder. Rudi der Raser. Achso. Wollte ich gerade sagen. Nicht hoch. Hier steigen die mit. Der Buss. Verwafel. Verwafel. Und. Gehen so ins Deck. Den anderen nehmen wir nämlich mit. Hey. Brauche ich auch noch was zum Reparieren. Oh, äh. Ne, habe ich nicht. Nichts. Der Wahnsinn. Ich kann so ohne Köder los hier ran. Ich wundere, ich habe die Papiere weggeschmissen. Das geht mir auf den Sack. Wir haben da hinten noch eine ganze Truhe voll. Und. Ja, die ist voll. Guten Tag. So. Schmeiße ich erstmal hier rin. Genau. So, jetzt habe ich Benzin. Reparier Kids. Brauche ich ein wenig mehr. Ist zu wenig. Nehmen wir zwei Stabe mit. Gleich weniger. Ja. Und dann sind wir weg. Wie eine Rakete. Hui. Soll die Rakete sein. Du. Und dann komme ich nach Hause. Dann erwartet uns wieder ein kleiner Hausfriedensbruch. Man kennt ja die Luz sind ja schon hier. Immer so. Aber gut. So langsam stumpft man ab und man gewöhnt sich dran. So. Das sieht laut. Ich hoffe, dass sie das in der nächsten, äh, updatemäßig ein bisschen korrigieren. Dass man die Maschinen, die nichts ein bisschen leiser schalten kann. Ist schon ein bisschen anstrengend. So. Die Wüste. Man kennt sie. Und man hasst sie. Aber es wird uns gut tun. Ich wollte eigentlich nochmal nachschauen, wen kann ich hier. Hab ich aber nicht, Schatz. Aber ich bin mir... Es ist... Ich bin mir sicher, ich hab das schon irgendwo mal gesehen im grünen Bereich. Also so, wo wir jetzt sind oder so. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Naja, du hast aber auch keine... Verpisschen, du. Ganz schön groß aus. Ne, das ist keine Eune. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich hab keine Sniper mit mir. Ist nicht dein Ernst. Tot ist tot. Das war mir wichtig. Jaja, knurr so viel herum, wie du willst. Hab mir den verdient. Er ist mir schließlich vor der Funde gelaufen. Was? Kurzen Münzen... Äh... Hä? Münzen nur? Ja, mal will ich. Ich hab keine Sniper mit mir. Geronimo! Oh oh! Oh oh! Ja! Daddy! Boah! Ah! Entschuldigung! Ja, du mich auch! Ja, ist doch gut! Ja, mit ihr kriegt... Ihr könnt knohen, ihr könnt bellen. So, hier waren wir das letzte Mal gewesen. Ja, ist doch gut! Wir haben es doch jetzt alle mitgekommen. Muss man jetzt ein bisschen Platz erschrappen, ne? Also euch wollte ich... Moment mal. Euch wollte ich doch ja nicht mitnehmen. Aber wenn ihr schon mal da seid, nehm ich bei euch alle mit. Ihr kommt alle mit mir. Entschuldigung. Heute zu dramatisch, aber... Ich bin nicht so der Dramat. So, na dann hoffe ich, dass ich hier... ...den geilen Fisch bekomme. Äh, wo ist denn hier die beste Angelstelle? Könnten Sie mir das mal sagen? Sie sehen aus, als ob Sie sich hier auskennen. Achso, sie! Ja! Danke! Was kriegt denn? Wenn die zu... ...kriegt... ...wuhu! Wenn wir nachher verwursten. So, da... ...da, da... ...da, da müsste ich doch richtig geil so Fisch und so, ne? Also... ...brüsch auf die Tür! Der wunderbare Fisch. Siehst du? Das ist ja auch sehr, sehr viel... ...ma, geht mal. Aber wir sind gerade nicht im Müdse. Müsste ein anderes Spiel sein, ne? Ganz hinten hin. Weil genau da fängst du den geilsten Fisch ever. Mhm. Ja. Keiner wohl der Erste zu sein. Warte mal meine... Achso, was. Warte schon spiel. Ich würde gar sagen. Warte mal meine Karreis sammeln. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Oh, ich hab ihn doch abgekriegt. Holy moly! Ja, sapperlaut. So, ich würd mal sagen, ich bin fertig. Ich bin fixungswertig. Ich sage euch. Mann, oh Mann! Das ist die Ausbeute. Alter, und der Letzte, der hat mich richtig weggehauen. Wo sind die? Äh... Ich hab immer so ein Riesenvieh. Wir kriegen das Aquarium hin. Aquarium. Wir kriegen das Mordsding hin. Was? Holy moly! 20 sind... Äh, 20 ist ein bisschen übertrieben, aber 5, 6 Stück hab ich verkackt. Aber der Rest hat voll gerockt. Okay, die mal weg. Nee, der ist doch nur unter Wasser. Der ist nicht... Der ist nicht ersoffen, der Kunde. Da ist nämlich ein Zombie hierin gefallen. Achso, der ist nicht hierin gefallen. Der ist... ...ein Faulwesen über links zu laufen. Na ja. Was hab ich denn hier geparkt? Wann? Dass da keiner rangegangen ist? Au, nee. Ah, Witze hoch nochmal. Wirst du dir nochmal überlegen? Echt? Wirklich? Ich hab gerade Mordsfische rausgeholt. Du bist nichts. Im Vergleich. Aber was ist denn hier? Äh, die 7. So. Jut, dann will er hoch. Zur Brücke. Alter, ich muss erst mal will er gewöhnen. Ich beim Lenken und so. Äh. Muss ich mich erst mal will er dran gewöhnen? So rum wollte ich gerade. War eine sehr, sehr gute Idee. Ich würde jetzt interessieren... ...de Wasserseite. Äh, Wüste. Ich kriege da andere Fische, die gefangen hätte. Ist er nicht. Aber der war schon anstrengbar, der da. Naja, du mich auch. Ich wusste nicht, dass Angeln so anstrengend ist. Ohne Dore, ich darf die jetzt auch erst mal nicht flitieren. Äh, wir sagen, ein paar Fische braucht ja, um Sachen zu machen. Guck mal, ich werd mal jetzt hier... ...das ging im Loch jetzt erst mal so ohne. In der Dose. Der Göttlichkeit. Äh, mein Fleisch nimmt ab. Jetzt, das klingt anders. Aber, ist schon... So, ich werd dann hier vorne parken und dann werden wir einfach ein bisschen hier durch der Wüste schiefeln. Ey, ich geh mal davon aus, dass wir schon ein Asenechoas-Wort in der Richtung finden werden. Habt, sollte uns hier schon ausreichen. Geh mal hier so quer rum. Also, hast du schon mal einen Löwe? Äh. Der ist ja mal schnell platt. Vor allen Dingen, der hat da... ...da, da, 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 da... ...da brauche ich mich auch. Ich hab ein Löwe. Was hast du? Nicht ich. Alle? Da muss ich bloß noch draußen befinden. Die gibt's nämlich hier auch. Ja, ja. Mich auch. Geh mal ein Stück weiter ins Innere. Ein schöner Tag. Ich bin hier. Heute wird für mich ein schöner Tag. Komm, Viecher, lass uns killen. Äh, euch killen, mein Dick. Es wird ein schöner Tag. Letztes Mal sind uns die doch schon völlig entgegengesprungen. Wo sind die denn? Die Blumenstrauße und so. Hä? Oder? Ah! Willst du mitspielen? Hiermit. Du wirst gebraucht. Du bist wichtig. Du bist mir wichtig. Kannst du gerne ahnen, wie wichtig du mir bist. Äh, dit ist ein normaler Wolf. Ah, äh. Der sieht normal. Voll normal ist der. Ekehaft normal. Okay. Und, was heißt dann? Es ist ein Wohl. Was hat's da? Den Strauß, keine Zicke. Die ist ja hier ausgesturmen. War hier etwa schon jemand auf die Hagd gewesen? Da, 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 da. Oder? Nee, da. Oh, oh. Oh, oh. Das war knapp. Er ist auch bestimmt hier vergrissen. Er hat hier sehen, was ich mache. Munition. Und du fegst mir. Kannst du da aggressiv werden, oder was? Mach dich mit ihnen. Ist mir hier nur so ein Maler? Ich glaube, ich bin ein normaler Fuchs. Erstmal alles wegballern. Erstmal alles kaputt schießen. Äh, Leute. Bitte da mal die Karre in Ruhe lassen, weil ich könnte die neue brauchen. Für den Heimweg. Äh, äh. Denn, dann reagier dich an mich ab. Mame Karre. Die sind ja schon wieder da. Ah, wie gesagt. Der Zef ist geil. Der Zef holt uns schon. Äh. Keine Ahnung. Wir sind safe. Mit ein paar Minütchen. Darf, ey. Ey, du kannst mal damit rufhören. Die ist mir nämlich total wichtig. Ist die mir. Liegt nicht warm. Du musst lass uns abhauen. Den Dolly will ich nicht bei mir haben. Noch mal so ein Bruder gelagert. Wäre aber jetzt nicht vorgreifend, ne? Hast noch ein Speyer. Das Naßhorn. Ey, du Naßhorn. Warte mal kurz. Äh. Du bist ein wunderschöner Schwan, du Ente. Ich muss mal gucken, ob ich bei den Nashornen bestimmte Zeug kriege. Eich, eich. Et. Noch ein. Nashornhaut. Genau, das hab ich gebraucht. Komm her. Gut. Man sollte auf ein Nashorn schießen, wenn man genug vorbei hat, wa? Äh, geladen hat. Hier bin ich. Nee, nee. Du wolltest doch sterben. Und jeder mit den Armen. was treiben. Gut. Die Jagd kann weitergehen. Hey, hey, hey. Da hinten. Gehen Sie weg. Hat der gerade dagegen getreten? Ich hab's auch hier sehen. So drrrr. Glaub mir. Wo hast du wohl? Könnt ihr mal kurz hier die... Mh, danke. Operierende Weise. So, ich würd' mal sagen, ich leg mir die Schmutze weiter. Großkaliber. Für große Tiere. Entschuldigung. Muss mal kurz hier durch. Durchreise. Und so. Weiß, dass es hier auch Nashörner... Äh, wo... Elefanten gab. Wo sind die denn? Die sind nicht mehr da. Das ist noch so. Und so. Orientierung da hinten. Boah. Du, alte blöde Kuh. Musst du denn so nachtragend sein? Boah, hab ich mich vernetzt. Böse, böse, böse. Ich bin doch... Sag mal, wenn ich das grüne Zeug hier abkloppe, ich bin ein bestimmtes Zeug. Nicht mal aus. Und da ist der nächste Mankaran. Da ist ein Elophant. Ein Elophant. Ich werde ihm mal Elophanten. Komm mal hier. Nachhinein. Wer liegt da noch? Jetzt ist er down. Kabin, der Großwildjäger. Komm mal hier, die Dose schon in Richtung... Nein. Muss drauf achten, dass ich dem Teilt gar nicht Sachen übersehe. So. Na denn, tätig mal kurz hier so die Krankenblätter. Also nichts Besonderes. Hm, kade. Hab gedacht, ich hab was anderes getrunken. Och, da sind sie ja alle. Pat und Pat war schon. Na gut, machen wir sie erst mal weg da. Nein. Oh ja, mach ich die Karre selbst kaputt. Bleib stehen, Johannes. Die nicht. Massaker. Er hat beinahe sein Kumpel weggerotzt. Also, ihr schubst. Um die? Mach ich die mal schnell weg. Ich guck mal gleich weitermachen. Hier sind sehr, sehr wenig Löwen. Das ist aber letzte Mal mehr gewesen. Erneben. Das fängt wohl hier. Der andere. Was ist er noch? Komm dir entgegen. Was ist das? Moment mal. Ah, das ist... Nee, das ist ein Ende. War schon ja... So. Karre! Ja, muss ich dich denn... Muss ich alles alleine machen. Alles alleine. Also, ein, zwei Sachen können wir schon mal, Villa... ...billen. Die so schön plattet ihr ab. Hat nix gebracht, die haben sie wieder gefunden. Wann geht der? Ein Geier, mein. Der steht bestimmt auch bei mir auf den Lister. Ja, ist ein Geier. Ich wollte gerade sagen, nee, du siehst nicht aus wie ein Kranich. Also, ein Kranich ungefähr, wie sie gut aussehen. Fast wie ein Schwach. Oh... Oh... Mäh... Mäh... Wolltest du etwa gerade... ...go Simulator nachmachen? Oder was? Oder wie? Ich bin meine Kranich... Das ist nicht... Geier, Meier. Mein Name ist Geier, Meier. Und ich bin... Geier... Glöcker. Eigentlich Vampirjäger, aber... Ein anderes Thema. Der Saft... Sieht immer noch saftig aus. Nase. Ey, letztes Mal, wo ich die nicht jagen wollte... Nee, genau. Da sind die immer an mir vorbeigepießt... Und der... Brutal, ihr Schild. Schildi Aggressivität. Muss ich die suchen. Okay. Was ist denn Geier? Gut. Was bist denn du für ihn, ne? Können wir gleich rausfinden. Wer an dir hört, wie ein Euler. Machen wir mal einen Testschuss. Mit einer Schrotze. Ja, es ist eine Tau. Ich stelle fest, eine Tau. Was noch ein Go-Simulator hat man... Weil wir sind immer noch kein Strauß. Wollte gar sagen. So schlecht sind wir doch ja nicht. Aber das hilft immer noch nicht. Wir haben immer noch keinen Strauß. Wir haben jetzt mal eine Karin hier. Nicht da hinten. Achso. Ein Wolf. Wirkt mal Saren. Den Schaubertrank auch ins Inventar. Und für zurück, wenn wir den nicht reichen sollten, aber es sollte eigentlich reichen, die Flaschen. Das ist sehr, sehr komisch. Nicht komisch von lustig, sondern dass hier so was nicht existiert. Das ist mir hier. Halt. Bleiben Sie stehen. Warten Sie. Einen Moment. Schön. Sehr nett von Ihnen. Also ich werde es hier ausrotten. Aussehen. Aber ich brauche es. Die lassen mir ja keine andere Wahl. Ich mache jetzt weiter in die Stadt. Denn aus der Stadt raus und dann war ja gut gewesen. Irgendwo da in der Nähe sind es wie ein Asylalaner. Kann ich nicht. Das muss ich machen. Und die sollten aggressiv sein. Oh ja. Warten Sie mal kurz. Der ist echt von meine Karre. Die anderen sind kommen. Gut. Ist er nicht. Eindeutig nicht. Wo stecke ich denn schon? Mein Gott. Nicht da, wo er steckt. Aua. Noch mal. Oh, jetzt muss ich erst mal gucken. Ah, ja, ja, ja. Sieht gut aus. Der wilden Großjäger ist wieder unterwegs. Wenn ich mal kann, kann ich reparieren, ne? Weg hier mit dem Arsch. Genau aus diesem Grund. Es neigt zu explodieren. Kurz nachschärfen. Das reicht mir. Tja, immer noch kein Strauß. Jeder Blume noch Tier. Und allzu viele Zeit haben wir auch nicht mehr. Wir müssen irgendwann nach Hause. Und so ein Blumenstrauß wäre schon ja nicht mal so verkehrt. Ach, vielleicht sind wir bloß nicht so weit, noch nicht so weit genug drinne. In der Hut. Häuschen, wo bist du denn? Hier bin ich ja schon auf dem Weg zurück. Hey, Kitzekatze. One-on-one? Hat er nicht überlebt. Get one-on-one. Netzenderweise. das reicht noch mal in der anderen Richtung. Sag mal so, bis 15 Uhr. Dann muss der Kabin aber nach Hause. Sonst kriegt er eher ja. Moment mal. Lass ich machen. die müssen weg. Sonst haben wir ein schreiendes Problem. Und die praktisch nicht. Ja, ja. Die Nebenarmen? Ein Flammi hier? Nee, doch nicht. Es sah aus meiner Perspektive so aus. Es täten da Sachen am Werk sein mit einer Ruflack- Ruflack- Nichts. Auch nicht. Weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt sag mal wenn man eben so einen Vogel braucht. Und der kann schon mal nicht wegfliehen. Und ich krieg den trotzdem nicht. So ziehen haben wir eben zwei Stücke. Das kann man trotzdem gebrauchen. Na, du durfst leben daheim. Du stehst gerade normaler Fuss, na? Und wenn, dann wissen wir ja, dass hier noch andere Fuss gibt. Lauf, Mädel, lauf! Du willst was zum Essen haben, also streng die Hand. Versuch gerade mich zu konzentrieren. Ey, wo seid ihr? Wo seid der Penner hingedüst? Hey, nun macht nicht so einen Zirkus. Wir haben doch zusammen eine Menge zu tun. Zeigt euch wieder. Ich will doch mit euch ins Geschäft kommen. Wo ist denn der hin? Der hat sich ausgelockt, der Penner. Der wusste, was ihm geschieht. ich schießt brauche auch hat schon viel. Na gut, den habe ich nicht gekriegt, aber den anderen. Was für ein Vogel! immer hin. Da ist er doch! Hat er gedacht, der kann sich auslocken und will einlocken und dann verschwindet. Nichts da, mein Freund. Da kannst du voll knicken, das Ding. Wie Hammer. Der kriegt bloß eh einen Tod, wo er war. Das ist schon ein bisschen billig, aber gut. Hammer, Hammer. Es ist wunderbar gemacht. Das klingt verkehrt. Willst du, was ich jetzt mache? Ich mache mal kurz eine Speicherung. an Wies ja, es passieren seltsame Dinge. Und ich habe es ja deaktiviert und es ist nicht so cool, wenn es deaktiviert ist und abkacken. Was, was, wo, wo, rechts, wo sind sie? Oh, zwei Mietze Katzen. Willst du jetzt machen mit Mädel? das geht zu weit. Achso, die Munition. Das fährt so ein jetzt. Geht zu weit. Das hat halt seine Grenzen. Warum hier denn? Und ein Nashorn. Nashorn da hinten. Was geht hier los wohl? Es gibt weit viel Fleisch auf den Tisch. Ich brauche ja eine Hinnerin. Kommen alle zu mir. Ist ja mal krass. So habe ich mir die Jagd vorgestellt. Gut, jetzt haben wir jetzt an Federn. Vier Stück. Vier Sachen könnten wir aufwerten. Fünfe wäre auch geil. Das Problem ist, aber du für ihn da. Schauen wir mal gleich nach. Aber das sieht aus wie ein Geier. Bahn Schüsse. Mensch, nimm doch mal den Kopf aus. Meine Ladwichter. So ist der Zielen voll ver stellt. Ey, ich darf's beiten. Ich hab's gefunden. Ich hab's erlegt. Und deck mir das auch jetzt in der Tasche. Kommt ernst? Kommt mich auch. Ja, ich weiß nicht. Achso, den Elefanten. Ja, den kann's er haben. Stell mir grad die Frage, ob ich gegen den gewinnen würde. Den Elefanten knifften technischer Weise. Nicht dein Ernst, oder? Witz ich jetzt nicht mit mir an. Gut, ich hätte so oder so gemacht, aber ich hab die royane steht an. Stand to type late. Und mal Kanteen mitnehmen. Ich hab eine Kanteen vor. Fruchtig im Geschmack. Oh. Ich hab keine Fruchtbar. Ich glaube nicht. Eindeutig nein. Ich würde mal sagen, es ist Zeit Feierabend zu machen. Den schnapp ich mir noch und dann machen wir nach Hause. Genau. Hallo. Aber der dürfte auch heute für heute reichen. Ich glaube ich mal. Ich habe schon wieder nicht so geachtet. Ich schneide ja so die Fahrwege raus. Alles gut. Also bis denn. Haltet die Ohren steif. Ich bin raus. Ich bringe uns nach Hause. Werbe ein paar Sachen machen. Aber das kriegen wir schon hin. Bis then. Ich bin raus. Tschö.